hi freunde und willkommen zu einem weiteren the witcher 3 wild hunt guide hier auf meinem kanal und zwar zeige ich euch wie ihr an die meisterliche bären meisterliche legendäre bärenrüstung kommt an die legendären stiefel und hose und so weiter das ist alles hier ihr müsst zum hafen von uriala folgt ihr diesem weg hier hoch bis ihr hier bei der festung angekommen seid da müsst ihr einen hebel betätigen dann kommt ihr in so einen borg dann kommt ihr in den thronsaal hier wo ich jetzt dementsprechend drinne bin dann findet ihr hier ganz rechts die kiste die macht ihr auf findet der schema für die meisterlich gefertigte lehrigen der bärenrüstung schema legendäre bärenstiefel schema legendäre bärenhandschuhe und schema legendäre bärenhose so und jetzt gucken wir mal ob wir hier noch mal den weg nach draußen jetzt geht das tor hier nämlich hoch auf jetzt kommen wir hier raus und das hört sich ganz gewaltig nach geistern an ich komme mal so ja genau hier ist dann halt dementsprechend der eingang hier geht ihr ganz runter zeige ich euch noch mal vorsichtig hier geht ihr die treppe ganz runter ich nehme noch mal katze dann sieht man das alles besser dann seid ihr hier naja gut erst mal hier hier müsst ihr ein paar geister erledigen dann geht es hier weiter nach hinten hier erledigt ihr dann auch noch mal geister habt ihr noch mal eine truhe betätigt hier den hebel den crap habe ich da drin gelassen den braucht kein mensch dann sind hier diese zellentüren offen hier war ich allerdings nicht drinnen und zwar hier gegenüber vorsicht ihr kommt hier runter versucht durch ein bisschen abzurollen sonst erleidet ihr fallschaden den hat gerald immer ganz gerne rennt hier dann weiter hier kommen dann auch noch mal zwei erscheinungen die ihr platt machen müsst dann latscht ihr hier die treppe nach oben geht dann hier links geht dann hier nach oben seht ihr und da sind schon wieder zwei erscheinungen die sind wieder neu respawned aber das ist not problem das ist kein problem für mich so wir packen mal das geisteröl drauf sagt wird namen auch schon aktiviert und geht ich muss jetzt ein bisschen ausweichen sonst ihr habt ihr seht ihr euch jetzt der thron sein nichts weiter ihr macht nicht fertig so alter und das waren handy camp match drei gegen ein findet ihr das ihr seht das jetzt sind wir hier in dem thronsaal hier drüben war die kiste da wo ihr das ganze material findet damit tätig wir hier den hebel wenn man die geistung alles erledigt hat öffnet sich das tor und ihr seid hier wieder beim ausgang könnt dann hier die tür wieder raus hier nach oben ja ich hoffe es hat euch soweit gefallen wenn das weiter rollen mag und es euch gefallen hat das video das gerne einen daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten mal haut rein